Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Roblox mit meinem Hasen hier. Hi Bunny, was geht ab? Mit meinem kleinen Schnitzel. Und dann haben wir noch Schnitzel dabei und der grüne Komet hier. Flo, hi. Also wann bin ich ein Komet? Ich weiß nicht, du bist so groß wie ein Komet. Ja. So Leute, wir haben hier eine Katze. Ich habe sie Bunny genannt, weil sie so süß hüpft. Guckt mal, ist das nicht cute? Guck mal, wie mein Schnitzel hüpft. Das Schnitzel kann auch hüpfen. Das hüpft dir gleich in den Mund, pass auf. Dann wirst du noch ganz dick. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Pet Simulator. Wir haben sehr süße Pets und hier steht dran, wie es funktioniert, okay? Guck mal, da ist ein Drache. Ein grüner. Ein grüner, der würde gut zu dir passen, Flo. Vielleicht kriegst du ja irgendwann einen grünen Drachen. Mal gucken. Genau, man hat Pets und da lässt man sie eben Coins sammeln. Okay, los Bunny, hol dir die Coins, okay? Oh mein Gott, ich glaube, da hat Bunny echt lange dran zu knabbern. Hier können wir nämlich Coins uns fangen. Und das Coole ist, wir können uns noch mal mehr Pets holen, Flo. Willst du sehen? Welche gibt's? Komm mal mit hier vorne. Hier sind so Eggs und da kannst du dir wunderbare Pets schlüpfen lassen. Hier haben wir zum Beispiel das Standard-Ei, okay? Daraus schlüpfen Katzen, Hunde, Hasen, weiße Hasen und nochmal Hunde. Dann haben wir hier das Farm-Ei. Da schlüpfen Noobs draus. Guck mal, zu 0,32% von Noob. Also es ist wie so eine Chance, wie so ein Unboxing. Yeah, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch goldene Pets. Gibt's nämlich hier vorne auch. Und das andere müssen wir alles noch freischalten. Das ist nämlich alles noch gelockt, weil wir noch nicht so weit sind. Aber ich glaube, mein Bunny ist gleich so weit hier mit dem Ersten. Willst du mir mal helfen hierbei? Sag doch mal deinem Schnitzel, er soll mit abbauen. Guck mal, der holt sich der andere. Du kannst hier von allen Münzen holen. Hä? Hey, die hier fallen ganz viele Münzen rum. Guck mal, die kannst du sogar sammeln gehen. Hey, voll cool. Die sind riesige. Wo geht's da eigentlich hin? 10.000 kostet der nächste Bereich. Schaffen wir das? Warte, meine, mein Bunny ist fertig mit dem Block. Sehr gut. Gut gemacht, Bunny. Du hast die bekommen. Gute Arbeit. Ich hab, ich hab sieben Diamanten sogar. Wow. Was? Zehn. Zehn Diamanten haben wir, Leute. Mega cool. Und dann kann man nämlich hier vorne, komm mal bitte hier, Flo. Hier kann man einkaufen gehen. Das heißt, hier können wir zur Bank gehen und können da wahrscheinlich unser Geld einzahlen oder sowas. Okay. Wir können ein, wir können uns ein Bankkonto kaufen. Warte, was? Wir können uns siebeneinhalb Millionen, so viel kostet ein Bankkonto. Und hier kann man seine Pets upgraden zu Gold. Wir können uns hier auch teleportieren, Flo. Und zwar zum Shop. Heavy. 25.000 kostet das. Oder in die Stadt, das kostet nochmal 6.000 Diamanten. Also viel zu teuer. Warte, mein Bunny ist hier schon relativ weit. Oh, guck mal, was der hier für Pets hat. Zack, haben wir eingesammelt. Was hat der für Pets? Solider, pink, leuchtende. Voll schön. Ich will die sehen. Aber er läuft weg, er ist viel zu schnell. Oh, man kann mehrere haben. Okay, hier steht, nice. Du kannst dir dein erstes neues Ei kaufen. Okay, das werden wir jetzt machen. Wir gehen mal hier vorne rüber. Und da wartet auch schon das erste Pet-Ei. Okay. Ich mach auch, okay. Und 300. Du kannst auch eins aufmachen, ja? Und ein weißer Hase. Was? 14% Wahrscheinlichkeit. Was? Warte mal, du hast das mit 3% bekommen? Ich hab den Dalmatiner. Was? Oh mein Gott. Was? Jürgen wie Lucky. Richtig, richtig gut, Flo. Herr Krass. Der Dalmatiner ist beide richtig stark. Oh, was? Ja, dein ist sogar noch besser. Warte, mein Name. Scout, alles klar. Scout, komm mit. Hier, es wird jetzt erstmal ein bisschen weiter Münzen gesnackt, okay? Gebt euch ein bisschen Mühe. Mal gucken, ob es... Scout ist besser sogar. Oh mein Gott, ich hab halt einen Dalmatiner. Warte, wie schnell ist der? Scout ist richtig, richtig gut. Der baut das richtig schnell ab. Oh mein Gott. Ja, meiner auch, meiner auch. Dein Dalmatiner. Aber ich guck ihm gerade zu. Ja, Oskar macht das wirklich gut. Aber wie viel jetzt gemacht hast du? Hier sind zu viele Dias. Krass, ich muss die alle einsammeln. Oh, sonst klaut die noch jemand schnell. Mit 250 kannst du upgraden. Ich habe, äh, ich hab erst 50 ungefähr. 61 hab ich. Okay, Buddy, let's go. Nächster Haufen. Hier liegen wieder ganz viele rum. Warte, hier ist ein Geldsack. Okay, okay, ich versuch's. Und? Nein, das ist nur Geld rausgekommen. Aber richtig viel. Ich glaub, davon kann ich mir jetzt sogar... Warte, das sind seine Pads. Oh mein Gott, was sind das? Mythische Pads? Ja, ja, die meinte ich vorhin. Ey, wie heftig die aussehen. Okay, wisst ihr was? Wir werden uns auch solche holen. Ich habe jetzt 22.000. Davon kann ich mir jetzt das beste Ei kaufen hier vorne. Soll ich das machen? Boah, das beste? Warte, welches ist das? Okay. Das beste für unser Ei. Oh mein Gott. Ein Golden Chicken. Oh mein Gott, wie süß. Für 8% Wahrscheinlichkeit war das. Oha, ey, wir sind richtig lucky heute. Richtig, richtig lucky. Okay, ich versuch's nochmal, Leute. Egg Opener complete. Ein Golden Chicken. Äh, das ein bisschen anders guckt. Aber sehr, sehr cute. Okay. Meine vier Pads sind am Start. Ich lass sie jetzt nochmal ein bisschen weiter akkern, okay? Warte, wie viele Coins hattest du? Ich hatte 22.000 oder sowas. Ich habe doch 24. Warte, soll ich auch öffnen? Ja, mach auf. Mach auf, mach auf, mach auf. Ich werde hier weiter. Ich glaub, ich wag mich mal an die Deerhaufen da hinten. Okay, wisst ihr was? Alle vier auf den Deerhaufen. Stürzt euch drauf. Mal gucken, was draus wird. Wie schnell das geht hier. Ich habe ein golden Schwein. Okay, die Hühner. Die leisten wirklich gute Arbeit. Bonus. Nice. Oh mein Gott, ich habe 37.000, Flo. Was? 39.000 Geld habe ich. Wo geht's hier eigentlich hin? VIP only. Oh mein Gott, da gibt's richtig viele Diamanten. Was? Okay, warte. Ich glaube, ich kann mir neue Eier kaufen. Wisst ihr was? Bevor ich mir die Eggs hole hier, würde ich sagen, Wir gucken erst mal, ob wir uns den nächsten Bereich hier freischalten können. Weil möglicherweise können wir uns dann hier sogar bessere Eier holen. Von daher bin ich gespannt. Okay, Purchase to unlock. Also, wir sollen bezahlen und Buy Area für 10.000 Coins. Geschafft. Nice. Okay, Flo, ich habe fünf Pet Slots jetzt scheinbar. Sagt er mir. Was? Was? Echt? Ich habe nur vier. Warte, die Diamantenhaufen sind jetzt viel größer. Ja, es dauert auch auf jeden Fall länger, bis man die Sache hier gesammelt hat. Oh, ich habe 47.000. Ich komme jetzt auch zu dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Geld es ist. Als ob. Wir haben einen neuen Lootback bekommen, Leute. Richtig cool. Und hier vorne sind, glaube ich... Hier ist ein Geschenk. Ist das ein Geschenk? Schnell ran. Schnell ran. Was ist denn wohl in dem Geschenk drin? Ich bin so gespannt. Willst du mit aufmachen? Ja. Okay, komm, lass zusammen aufmachen. Hast du schon geile Pets? Hallo, unsere Pets. Was? Noch ein Lootback? Oh mein Gott. Ich brauche nur noch einen Lootback, Flo. Und? Yeah. Geschafft. Geschenk wurde geöffnet. Erfolgreich. Wow. Oh mein Gott. Ich habe 700.000 Coins. Was? Nein. Als ob. Wie? Ich habe einen riesigen Bag bekommen. Der war größer als ich. Als ob. Wie nice. Guck mal, da können wir sogar schon in den nächsten Bereich gehen, wenn du willst. Aber wie viel hast du? Meine Pets sind hier noch dabei. Zack. Bonus. Und? Guck mal. Du musst nicht sehr richtigen, wo so viele Münze sind. Hä, wie heftig. Ich habe jetzt 300.000. Wir können zum nächsten Bereich. Yeah. Warte, was hast du gesagt? Das ist hier? Upgrades. Ich glaube, wir können jetzt hier rein für 75.000 und wir sind am Strand. Nice. Oh mein Gott. Warte mal, hier ist noch ein Upgrade für die Pets, glaube ich. Ich lasse sie mal hier die Diamanten farmen. Okay. Oh, ich habe Player Speed geupgradet jetzt. Fuse Pets. Das ist nice. Und weißt du, was ich habe? Ein Hoverboard. Was? Yeah. Guck dir das an. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich mit am Start hier. Moin Flo. Ciao Flo. Hä, wo gibt es das? Habe ich mir gekauft. Wow. Perfekt. Damit kann ich nämlich ganz schnell jetzt hier zurück und kann mir neue Eier kaufen, die ich hier vorne habe. Okay. Was kostet denn der Spaß? Okay, das kann ich mir schon leisten. Für 110.000. Eine Kokosnüssei. Und? Ein Flamingo ist rausgekommen. Okay, der ist relativ häufig sogar. Ich versuche es nochmal. Alright, come on, come on, come on. Und? Ein hässliches Endline. Oh no, Leute. Was? Aber ich glaube, was ist das teuerste Ei, was wir kaufen können? Das teuerste Ei? Oh mein Gott. Frag mich nicht. Da steht der Preis noch nicht dran. Ich habe 800.000 habe ich. Was kann ich kaufen? Als ob. Du kannst ja halt nur für... Muss mal gucken. Ich glaube, du kannst für 900.000 ein richtig teures Ei kaufen. Ich glaube, ich spare. Okay, muss mal versuchen. Meine Pets sind halt langsamer als ich. Ich bin so schnell mit dem Hoverboard. Okay, ich glaube, ich kann hier upgraden, oder? Was soll ich upgraden? Pet Strengths. Ja, oder? Ich glaube, ich gehe in den nächsten Bereich. Ja, mach du mal. Oh mein Gott, 1,2 Millionen. Und yeah! Wir sind im nächsten Bereich. Mal gucken, was es hier so gibt. Welche hast du es? Das ist so eine Art Eisbiom oder so, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. 1,2 Millionen kostet der nächste. Okay, was können wir hier machen? Wir können Rainbow Pets machen, wenn wir wollen. Yeah! Meine Pets haben es fast geschafft. Nice. Hier ist auch noch so ein paar kleine Geldsäcke einsammeln. Ja! Das ist doch ein guter Job, oder? Die Geldsäcke sind immer richtig gut. Die Geldsäcke sind übertrieben. Ich komme sogar jetzt schon in den nächsten Bereich, wenn ich will. Aber ich will mir ein neues Pet holen, okay? Ich lasse jetzt meine Pets hier ackern. Oh mein Gott, wie viele Geldsäcke sind da rausgekommen. Als ob... Was? Okay, pass auf. Hier ist ein Tresor. Ich lasse jetzt den Tresor machen, okay? Der Tresor ist richtig OP. Habe ich vorhin auch gemacht. Ich lasse... Eins lasse ich am Tresor und die anderen... Ja genau, an so einem Diamantenhaufen und die anderen am Tresor. Und jetzt gehe ich mal gucken. Alter, wie viel liegt hier rum? Einfach so! Irgendjemand lässt hier immer sein Geld liegen. Bist du das, Flo? Nö, ich bin gerade beim Job am Anfang. Und zack! Ein weiterer Geldsack. Okay, sind wir bereit? Ich mache jetzt das Kokosnussei. Okay, mach das Kokosnussei auf. Was war das Größte, was du aufgemacht hast? Ah, das war dieses kleine Kokosnussei. Hier links, siehst du das? Also nicht das Goldene. Du hast ja das Goldene. Okay. Guck mal, Fragezeichen Chance. So ein Tintenfisch. Okay, bist du ready? Ja. Und? Was wird es werden? Komm schon! Und ein goldener Flamingo. Nein! Nein! Ach, Flo. Das ist blöd gelaufen. Okay, wisst ihr was? Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen mehr Kohle. Weil ich kann mir dann sogar noch ein besseres Ei kaufen. Von daher, Flo, entschuldige mich bitte kurz. Ich muss mal kurz ein bisschen Geld einsammeln gehen. Ach so, ja, tschüss. Ich meine, du hast ja bestimmt auch gut zu tun. Alright, so Leute. Wir können uns jetzt hier... Oh mein Gott. 3,38 Millionen. Kann ich mir das schon kaufen? Ich glaube, ich kann mir das richtig teure Ei kaufen, oder? Nein, niemals. Golden Bats! Oh mein Gott. Ich habe... Wo sind meine Pats? Warte kurz. Ich glaube, ich kann jetzt equip... Die Golden Bat ist richtig gut. Welches Level ist die? Ich kaufe mir nochmal ein Basic Ei. Die ist halt das höchste hiervon. Aber die ist nicht besonders gut. Also, ist aber okay. Ey, mein Flamingo ist 192. Loki heißt die. Und Bailey habe ich auch. Das weiß ich nicht, was Bailey ist. Keine Ahnung. Okay. Zeig mal dein Flamingo. Ach so, und die Warte. Ich glaube, meine ist 420 oder so war es meine Bad. Was? Yeah. Die ist ziemlich nice. Ich sehe dich da vorne gerade. Wirst du abgefressen, oder was? Was machst du hier? Ich sammle dich hier. Warte, ich komme jetzt mal mit mit dir. Ich bin leider nicht selber. Wir gehen in den besseren Bereich hier vorne. Ich habe hier noch ein bisschen was rumliegen. Oh, die paar Diamanten. Oh, ich bin geranked. Was machst du? Ich bin geranked. Ich spargele auf das 400.000 hier. Ich bin leider nicht so reich wie du. Ich glaube, das liegt am Hoverboard. Dadurch bin ich relativ schnell unterwegs hier. Oh, jetzt noch ein Geschenk. Okay, eins von euch muss man jetzt mal hier hinkommen. Oh, all right. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist sogar noch ein Safe. Leute, kümmert euch doch mal an den Safe. Okay. So, wir haben jetzt zweieinhalb Millionen Floh. Mir wird es hier ein bisschen zu langweilig. Ich muss weitergehen, okay? Okay. Ey, warte, wie schaut. Zeig, wie es dort ausschaut. Ah, es sieht windig aus und kalt. Hier ist es ziemlich kalt. Es sieht so ein bisschen... Winterurlaub. Ja, wie im Winterurlaub. Im Prinzip ist es wie Winterurlaub, ja. Kann ich mich eigentlich teleportieren nach Hause? Zum Shop? Ja, links. 25.000 Diamanten kostet der Teleport zum Shop. Was? Für dich ja nix, oder? Oh, man. Nee, stimmt. Eigentlich ist es okay. Aber ich habe mein Hammerboard. Mit dem geht es theoretisch auch. Ah, gut. Okay, wisst ihr was? Ich lasse jetzt die Pads hier weitermachen. So, zack. Und wir holen uns den Spawn-Teleport, weil das geht schon, glaube ich, schneller. Und zack, da sind wir beim Shop. Welches Eye holst du jetzt? Ich weiß nicht, welche ich es mir leisten kann. Ich habe 3,9 Millionen. Okay, mal sehen, was es wird. Und? Was? Was ist das? Ich habe einen Walross bekommen. Das ist voll hässlich. Ich will das nicht. Nein, ich habe es nochmal bekommen. Nein, ich kaufe es jetzt nochmal. Bitte nicht nochmal das Walross, Leute. Ja, ein Eisbär. Oh, wie süß. Ist das gut? Nein. Das ist nicht gut. Aber besser als das, was ich bisher habe. Meine Golden Bat ist bisher tatsächlich das Beste. Ich glaube, ich werde meine Fledermaus in ein Rainbow Pad upgraden, wenn ich kann. Nein, das hat nicht geklappt. Wie viel ist das? Was? Meine Fledermaus ist weg. Hast du die getradet? Sie ist kaputt gegangen bei dem Versuch, sie abzugraden. Nein. Nein. Ach, zerbrochen wahrscheinlich. Ich habe auch noch Geld bezahlt dafür. Diamanten. Das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Die Chance ist halt ultra niedrig. Oh no. Leute. Ai, ai, ai. Okay, das hat alles gefehlt. Alles hat gefehlt. Wir haben es nicht geschafft. Okay, ich brauche Geld, Leute. Schnell. Hier. Meine Pads. Warte, ich komme doch sogar in den nächsten Bereich. Vielleicht gehen wir mal darüber. Du kannst jetzt den nächsten Bereich leisten. Den Gletscher. Yeah. Aber wirst du was? Das machen wir nicht. Denn wir wollen erst mal ein neues Pet haben. Ich habe jetzt 5,9. Okay, warte. Sag mal die Chancen von dem. I don't know, Flo. Ich sammle gerade noch mein Geld ein, was hier ist. Es nimmt einfach kein Ende. Okay. 7 Millionen haben wir jetzt. Ich kann auch nichts dafür. Alright. Zum Shop. Für 7 Millionen kann ich mir was Gutes kaufen. Okay, zeig dir das, was du kriegen kannst. Hier für 5 Millionen Ei. Und zack. Come on, come on, come on. Ein Golden Snow Dog habe ich bekommen. Ein Schneehund. Ich bin mir nicht sicher. Der macht 600. Der ist ziemlich gut sogar. Mein Bestes macht 100. Den nehme ich. Den nehme ich. Den kommen wir. Das ist okay. Vielleicht kriege ich noch mal was anderes als ein Walross. Ich versuche es nochmal. Es ist ein Walross geworden. Yeah. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Jetzt haben deine Walrosse auf Freunde. Ja, stimmt. Die sind nicht mehr alleine. So, mal gucken, wie das Ganze jetzt hier läuft. Mit unserem Ethan heißt es ja. Okay. Ist auf jeden Fall fleißig. Ja, gut. Okay. 5,5 Millionen kostet jetzt das nächste. Ich habe leider mein Geld nicht mehr. Oh mein Gott. Ich bin hier. Warte mal. Nein. Warte mal. Ich habe einfach 4 Millionen aus einem so kleinen Geldhaufen bekommen. Was? Ja, wirklich. Guck mal, guck mal was ich hier habe. Warte, was ist das? Das ist Regenbogen. Ich habe es geschafft. 13% Chance, dass der zum Regenbogen wird. Nein, du hast eine Regenbogen-Kuh bekommen? Yeah. Du kannst die upgraden. Wie cute ist die? Warte, das will ich auch noch probieren. Die ist voll hübsch. Ellie. Yeah. Kann man nur goldene upgraden oder kann man alle upgraden? Ich glaube nur goldene. Okay. Das heißt, ich brauche ein paar mehr goldene und dann versuchen wir mal abzugraden. Und dann teleportieren wir uns zurück. Wo hast du einen Delfinen bekommen? Hier. 11% Chance. Wirklich? Bei welchem? Bei dem 1,1. 1,1. Nee, 14. Ah, 14%. Oh, cute. Der Fiene sind süß. Ich kaufe mir jetzt das hier. Für nur 10 Mille. Das ist gar kein Problem. Wenn du 0,16% kriegst. Wieso habe ich ein goldenes Walross bekommen, Leute? Oh no. Was soll ich damit? Oh man. Ich wollte kein goldenes Walross haben. Okay. Weißt du was? Du bist halt jetzt da. Ich wünschte, ich hätte ein besseres Ei. Aber ich gebe mich auch mit dir zufrieden. Okay. Hier kann ich noch eins kaufen. Ein Eis-Ei jetzt von dem Gletscher. Und es ist ein Schnee-Squirrel. Ein Eis-Ei-Squirrel? Das hat, glaube ich... Ich weiß nicht, wie viel Prozent hat das. Das klingt selten. Muss mal gucken. Hier. So meine Pads. Snow-Ei-Squirrel hat... Ne, ich glaube, das ist relativ häufig. Das ist sogar das Häufigste hier. Okay. Aber es ist nicht schlimm. Das ist immer süß. Und wir haben jetzt ein paar süße Pads hier. Und zack. Wir können mit dem Hammerboard sogar zum nächsten Bereich fahren. All right. Damit haben wir auch genug Geld jetzt, um uns noch ein paar Eier zu holen. Flur, ich will goldene Eier haben, mit denen ich den Regenbogen-Eihe... Oh mein Gott, ich habe den Loot bekommen. 0,2 Prozent. Echt jetzt? Ja, was? Warte mal. Versuch. 0,2 Prozent und du hast den einfach bekommen? Ja. Nein. Zeig her. Wo war denn der Loot bei welchem? Hier, für das 1.000. Guck dir die Prozent-Schoss an, ich habe den. 0,32. Zeig her, zeig her. Da ist er. Was? Wie cute der aussieht. Wie gut ist der? Ist der gut? Ja, ist der 28. Schlecht, oder? Okay. Aber schaut cool aus. Ja, nice. Okay, ich habe mir jetzt so lange goldene Eier, bis ich das dann... Ich habe wieder einen Walross bekommen. Ich wollte gerade sagen. Nein. Wieso kriege ich denn ein mein hässliches Walross? Ich will was Gutes. Okay. 3 Millionen habe ich nicht. Ich kann mir das noch kaufen hier. Ein weiteres goldenes Ei. Wie viel hast du? Wir haben einen goldenen Gecko bekommen. Möglicherweise. Das kann ich mir auch nicht mehr leisten hier. Dieses goldene Ei kann ich mir leisten. Weil ich will gerne ein Regenbogentier, weißt du? So wie du. Oh, hier ist ein Tiger. Regenbogen hat es gehofft, oder? Ein goldenes Lamm. Oh, wie cute. Okay, nochmal. All right. Und ein goldener Fuchs. Okay, 9000. Was bekommen wir jetzt? Ein goldenes Hühnchen. All right. Und jetzt das letzte Ei. Mal gucken. Und ein goldener weißer Hase. Okay. Stimmt. Wie geht es denn wann? Ich versuch jetzt mal. Ich versuch jetzt mal. Oh, ich glaube ganz gut. War das hier vorne, wo du upgraden konntest? Ah, nee. Das war die Strengths und sowas. Irgendwo dann das hat er, ja. Okay. Noch more Diamonds. Pet Strengths. Pet Strength. Und nochmal die Pet Strengths. Und die Pet Speed. Yeah. Okay, nice. Ich kann sogar Pet Speed habe ich jetzt full. Ich will nicht wissen, wie schnell meine Pets sind. Was? Die fliegen wahrscheinlich schon. Ich denke mal gucken. Also die ist komplett aufgelevelt. Warte, die sind noch dabei, das abzubauen da vorne. Die brauchen richtig lange. Ich gucke gerade zu. Oh, die haben fast geschafft. Da liegt richtig viel rum. All right. Bonus. Yeah. Habt ihr gut gemacht. Okay. So, zack. Das alles einmal einsammeln. So ein paar Millionen oder so. Ja, perfekt. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir versuchen das jetzt mal. All right. Kommt mal mit hier meine kleinen Pets. Ja, ja. Ich versuche jetzt ein Regenbogen-Pet zu kriegen. Möglicherweise werden wir alle verlieren. Vielleicht kriegen wir aber auch ein Regenbogen-Pet. Und dann hat sich das Ganze gelohnt. Mal gucken. War das hier vorne? Wie viele hast du? Make Rainbow Pets. Okay, wir versuchen es erst mit dem Hasen. 13% Chance. Wir würden nichts verlieren. Nein, failed. Okay, das ist das Hühnchen. 13% Chance. Ist egal. Vielleicht schaffen wir es. Failed. Oh no. Okay, das ist Lamm. Come on, come on, come on. Please. Auch gefehlt. Come on, Regenbogen-Fuchs. Ich will nicht alle verlieren, Flo. Failed. Nein. Irgendwann musst du es schaffen. Ich habe auch viel gebraucht. Aber das sind meine guten Pets. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann habe ich keine Pets mehr. Nein. Okay, meine Walröster sind mir egal. Die können weg. Die können weg. Die brauche ich nicht. Success. Was? Was? Ich habe ein hässliches Regenbogen-Walrost bekommen. Nein. Ich wollte ein süßes Regenbogen-Tier. Jetzt habe ich ein dickes Walrost bekommen. Oh man, Flo. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag das Spiel mich hier heute nicht. Ich weiß wirklich nicht, was da aus ist. Aber gut, Leute. Das war es dann hier mit unserer Folge von Mike... Nein, Roblox. Schaut auf jeden Fall bei Fluffen bei und abonniert unbedingt diesen Kanal, damit ihr auch so coole Pets kriegt wie ich hier unter. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.